Wenn du Parfümfreund bist und gerade auf Reisen gerne mehrere Optionen bei der Hand haben willst, ohne dafür zu viel Masse mit dir herumzuschleppen, dann will ich dir hier mal die sehr praktischen Reisezerstäuber vorstellen. Also ich mag die Dinger inzwischen auch sehr gerne, die sind mittlerweile wirklich einfach anzuwenden, laufen auch nicht mehr aus so wie früher und ja, groß in Unkosten stürzt du dich damit auch nicht. Die Vorstellung, die überlasse ich heute mal dem Problemlöser-TV-Kanal. Dort gibt es regelmäßig ganz gute Tipps zu sehen. Hier also mal ein Gastbeitrag. Ich zeige euch das Ganze mal bei meinem Zerstäuber, der hier unten eine spezielle Pumpfunktion hat, was einfach schon Stand der Technik ist. Doch wenn du jetzt einen Zerstäuber hast ohne diese Funktion, dann hilft es leider nichts, musst du ihn aufmachen, hier oben einmal abschrauben, das Parfüm nehmen und hier manuell die ganze Zeit einsprühen. In meinem Fall geht das jetzt alles etwas einfacher. Hierfür muss ich einfach mal bei meinem Parfüm hier oben den Deckel abmachen, geht relativ leicht, nur nach oben hin wegziehen mit etwas Kraft, so dass hier mein Pumpenstift zum Vorschein kommt. Nun muss ich mit der Unterseite von meinem Zerstäuber hier mit diesem speziellen Adapter einmal auf meinen Stift draufgehen und nun kann ich einfach nämlich meinen Zerstäuber hier hoch und runter drücken. Und somit wird das Parfüm jetzt auch schon in diesen Zerstäuber hier oben schön hineingerückt, wie du es auch hoffentlich gut bei dem Fenster sehen kannst. Ich habe meine gewünschte Füllmenge erreicht, weswegen ich jetzt auch schon diesen Zerstäuber mal auf die Seite legen kann und nun ganz normal hier wie den Deckel drauf machen und schon haben wir nämlich unseren Zerstäuber hier richtig mit unserem gewünschten Parfüm aufgefüllt. Ja, verweisen will ich dich noch auf die Selektion auf meiner Webseite. Hier habe ich meine ganz persönlichen Favoriten zusammengetragen, Düfte also mit denen ich die besten Erfahrungen gemacht habe und wenn du magst, wirf auch gerne einen Blick auf die anderen Duftempfehlungen auf meinem Kanal.